Rausch, da ist Niedermeyer, da ist Niedermeyer, kein Abseits noch einmal, da ist das Tor! Trabzüger, Züger, zu lange und Tor! Reingechippt, da ist Niedermeyer, da ist Niedermeyer und der Ball ist im Tor, ja! Die mittlerweile siebte Fettung, VfB zum Tor, das gibt's nicht! Gentners Ball, gefährlich und Tor und Stuttgart führt! Gut gespielt, muss drin sein, ist drin! Der zweite! Und Niedermeyer! Aus der Distanz, wieder Baumann mit Problemen und das 1-0 für den VfB Stuttgart durch Georg Niedermeyer!